fit und gesund das wöchentliche gesundheitsmagazin auf dw in unserem studiogespräch erfahren sie mehr über gesundheit fitness wellness und ernährung jede woche neu das expertengespräch aus fit und gesund bei mir zu gast im studio ist hautärztin dr jael adler aus berlin schön dass sie wieder einmal bei uns sind eine kontaktallergie die bildet sich ja durch einen wiederholten kontakt von einem stoff mit einer haut und gibt es denn besondere substanzen von der sich irgendwie jeder fernhalten sollte absolut also die haut braucht zum beispiel keine duftstoffe duftstoffe braucht die industrie und produkte gut an die frau oder den mann zu bekommen aber unsere haut reagiert sehr empfindlich und es gibt eine vielzahl von duftstoffen man kann also nie sicher sein auf welchen man vielleicht reagiert deswegen pauschal mein tipp einfach am besten immer weglassen das heißt eher cremes benutzen die überhaupt nicht duften sondern neutral sind aber wie ist das denn so mit naturprodukten können die auch probleme bereiten es gibt naturprodukte die natürlich auch stark allergen sind also viele pflanzen enthalten auch unentdeckte substanzen die bei uns allergien auslösen können und außerdem die ätherischen öle die reizen die haut also man kann allergisch oder sogar auch irritiert toxisch reagieren und was grundsätzlich auch vielleicht zu meiden ist entschuldigung das sind metalle also jemand der unechten schmuck auf der haut trägt der kann häufig dieses nickel eczem bekommen und dann reagiert man auf ganz viele andere metalle oder auch auf leder wo auch gerbstoffe drin sind die damit verwandt sind dann gibt es kreuzallergien also alle diese chemikalien sind für die haut oft schädlich das ist ja relativ kompliziert kompliziert dass man auch rausbekommt als arzt was ist eigentlich so der allergie auslösende stoff und welche substanz löst jetzt so rötung und juckreiz aus wie macht denn das der arzt dass er das rauskriegt man kennt ja oft so wenn man vom thema allergie hört dass man diesen pricktest macht oder im blut was abnimmt das geht klassischerweise bei den kontakt allergien nicht man muss da einen pflaster test machen man klebt also auf den rücken pflaster und lässt die zwei tage drauf damit die substanzen die man testet in die haut eindringen können und dieses eczem womöglich auslösen können nach zwei tagen nimmt der arzt das runter und liest ab ist denn da zum beispiel bei nickel oder duftstoffen oder bei farbstoff konservierungsmittel ein eczem entstanden und wenn es ganz schwierig und tricky wird dann kann man auch einen lymphozyten transformationstest machen das ist dann eine sehr teure blutentnahme wo man praktisch die reaktion des immunsystems im blut nachweisen kann in verbindung mit der zu testenden substanz und das wendet man oft bei amalgam oder bei arzneimittel allergien an und wenn der hautarzt denn jetzt so eine allergie gefunden hat was für wirkstoffe verwenden sie denn typischerweise um den patienten zu behandeln im beitrag hat der kollege ja schon hydrokortison verordnet das ist ein ganz ganz mildes kortison was die entzündung unterdrücken kann das nimmt man ein paar tage oder schlimmstenfalls auch vielleicht ein zwei wochen dann sollte das problem weg sein manchmal reicht aber das hydrokortison nicht es gibt stärkere kortisone wenn man eine kurze frist einhält dann gibt es auch keine nebenwirkung trotzdem als tipp wer was besonders unschädliches nehmen will nimmt ein kortison der vierten generation die machen die haut nicht mehr dünn und werden ganz oberflächlich schon von der haut abgebaut und haben keine nebenwirkungen mehr dieser art und wenn man jetzt sagt nee ich möchte überhaupt kein kortison gibt es irgendwelche natur erkundlichen sachen die man sich selber aus der apotheke holen kann also wenn ein ekzem akutes denn lässt es häufig und ist juckend und rot und stark entzündet und da helfen feuchte umschläge zum beispiel mit schwarzem tee aber auch aus der apotheke ohne wirkstoff eine zink schütteln mixtur die mit viel wasser versetzt ist und das kühlt schön und ist antientzündlich aber achtung kontaktallergien können streureaktionen machen wenn man das also nicht rechtzeitig eindämmen kann selber läuft man gefahr dass die allergiezellen im körper sich überall ausbreiten und dann der körper quasi in flammen steht also überall blüht und im schlimmsten fall muss man dann auch in die klinik oder innerlich kortison einnehmen also bitte nicht zu lange warten wann soll man auf jeden fall zum arzt gehen also was sind die warnzeichen ich sage jetzt kann ich es alleine nicht mehr machen eine kontaktallergie die befindet sich an einem kontaktort und sobald sie über den kontaktort hinaus streut und vielleicht wenn es am einen bein war jetzt schon am anderen kommt dann weiß man okay das streut anscheinend und jetzt sollte ich wirklich zum arzt gehen und rechtzeitig das eindämmen dieser neue wirkstoff primonidin ja was halten sie davon der ist tatsächlich neu bei neuen substanzen weiß man nie wie die langzeit effekte sind für die akute anwendung sagen viele patienten ja ist angenehm die haut blast ab bis zu zwölf stunden man muss sich den effekt ja vorstellen wie nasentropfen die schwellen ja die gefäße machen die gefäße eng schwellen die nase deswegen ab und genauso funktioniert die creme auch im gesicht die macht einfach diese erweiterten gefäße enger und deswegen sieht man blasser aus ist also ein kosmetischer effekt besser finden wir hautärzte natürlich wenn man die gefäße lasert weil dann sind sie wirklich dauerhaft weg und bei diesem neuen wirkstoff hat man manchmal die nebenwirkung bisher beobachtet dass es danach umso röter wird also so eine art ja man nennt das flash effekt oder rebound also es kommt stärker wieder und das mögen die leute natürlich nicht denn dann liegt man da ist brennt es rot es juckt vielleicht auch und das ist eigentlich ein konträrer effekt das heißt also ihr tipp ist lasern und dann bleibt die rötung auch für immer weg die veranlagung hat man ja für ewig das haben wir auch im beitrag gehört aber manche leute kommen dann einfach einmal im jahr und lassen noch mal die neuen gefäße die vielleicht auftreten dann noch mal nacharbeiten aber man kann damit eben wirklichen dauerhaften effekt erreichen das ist so als würde man krampfadern im gesicht weg behandeln und somit auch das lymph in dem also diese staung von wasser im gewebe dem vorbeugen wenn man das rechtzeitig beginnt was weiß man denn über die ursachen von rosazea man weiß es gibt genetische faktoren man spricht vom keltischen hauttyp also diese blassen blonden rothaarigen die aus nordeuropa stammen die sich aber überall natürlich auch verteilt haben im verlaufe der zeit man weiß dass da eine gefäß empfindlichkeit besteht dass man also auf alle möglichen reize wie stress wie alkohol wie zigaretten scharfe ernährung kaffee also alles was die gefäße beeinflusst dass man da überempfindlich reagiert und das sind die reize die man meiden sollte sollte man auch alle meiden und genauso ist es bei kosmetik artikeln da wird ganz viel nicht vertragen also wenn man was gefunden hat mit dem man gut fährt bleiben sie dabei und machen sie nicht experimente in der drogerie sich irgendwas schenken lassen mal ausprobieren weil dann kann es wirklich aufblühen jetzt kennen pickel und rötungen ja viele menschen die tragen das im gesicht wann soll man denn zum arzt gehen mit dem verdacht auf eine rosazea die rosazea haben ja vor allem erwachsene hellhäutige menschen und die haben sie die rötungen haben sie immer auf den rundungen des gesichtes auf den wangen auf dem kinn nase und stirn und häufig kommen dann auch pickel dazu im gegensatz zur akne wo man ja auch pickel hat da findet man bei der akne immer auch mit esser so weiß man schon den unterschied ich würde grundsätzlich egal ob es rosazea oder akne ist nicht zu lange warten lieber den haus oder hautarzt besser noch aufsuchen denn das sind alles therapierbare erkrankungen und wenn man zu lange wartet dann werden die entzündungen unter umständen schlimmer und im schlimmsten fall hat man narben therapie ist immer eins vorbeugung wäre besser und über facebook hat uns eine frage erreicht von unorashorn natrine aus thailand wie kann man denn seine haut schützen damit so eine pickel überhaupt nicht entstehen je nachdem welche diagnose sie hat gibt es natürlich verschiedene tipps aber ein ganz wichtiger tipp bei empfindlicher haut die zu pickeln welche art auch immer neigt ist dass man vermeiden sollte zu viel fette und zu viel kosmetik artikel auf die haut aufzutragen denn die können das problem verschlechtern besonders ungünstig sind mineralöle also diese etwas minderwertigen fette die die poren verstopfen das verschlechtert akne und rosazea ansonsten vor der sonne schützen wer zu viel sonne im gesicht hat kann beide erkrankungen also akne und rosazea verstärken also seine haut lieber nicht zu viel zumuten vielen dank von dr aller dass sie heute bei uns im studium an dankeschön